Ich bin extrem zufrieden, extrem glücklich hier mit der Medaille zu stehen. Als ich die zwei runtergelaufen bin, waren wirklich alle Zuschauer sind aufgestanden, haben meinen Namen gerufen und ich habe mir einfach gesagt, egal was heute passiert, genieße es und ich hatte wirklich die ganzen zweiten neuen Gänsehaut und die Zuschauer waren einfach richtig gut und haben mich quasi ins Ziel getragen. Ich wusste am Anfang des Tages, dass ich was Besonderes machen muss heute, um am Ende eine Medaille in der Hand zu haben und ich bin extrem froh, dass es jetzt so geendet ist. Nächste Woche geht es ganz normal auf der Tour weiter nach Schottland für zwei Wochen. Ich hoffe natürlich, dass ich auch da weiterhin gut spielen kann und ja, mal schauen, was jetzt kommt in der nächsten Zeit. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Die Esther, das hat sie gesagt, direkt ins ARD-Mikrofon. Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris und damit willkommen zur neuesten Folge Tea Time. Florian Fritsch ist immer noch in der Glückseligkeit badend und kommt gar nicht mehr aus diesem Pool des Glückes, der Freude, der Medaillen heraus. Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin echt überrascht gewesen. Ich habe am Sonntagmorgen noch in die App geguckt und habe gedacht, oh ja, wenn es heute Nachmittag reicht, dann schmeiße ich mal die Flimmerkiste an. Ja und dann hing ich da vor meinem iPad bei 35 Grad und habe gedacht, was macht denn die Frau Hänseleit? Warum? Was soll das? Wahnsinn, oder? Was erlaubt sie sich? Also ich muss sagen, also ich glaube, das haben wir doch alle irgendwo gemacht, oder? Ich meine, wenn man jetzt irgendwelchen Instagram-Leuten irgendwie folgt, also allen, die irgendwie da großartig aktiv sind. Moritz Lampard. Das ist ein Instagram-Leut. Ja, also Ann-Kathrin Lindner. Ja, sag ich jetzt einfach mal, ne? Ann-Kathrin Lindner. Ein Jens Zielinski ist auch ein Instagram-Leut, ja? Also alle, alle hingen irgendwie irgendwo natürlich verständlicherweise an irgendeinem Gerät und haben zugeschaut, wie Esther Hänseleit die erste deutsche Medaille in der Sportart Golf in Paris auf dem Albatross-Golfplatz, Golfkurs, wie auch immer der da genannt wird, geholt hat. Und vor allem in was für einer Manier, in was für einer Art und Weise. Ich meine, sie hat sich ja ein bisschen abgesetzt gehabt, dann wieder ein bisschen aufgeschlossen und dann dieses Birdie am letzten Loch zu machen. An diesem 18. Loch, ja? Das jetzt nicht irgendwie so dieses Standard-Loch ist, wo du sagst, mein Gott, dann hau ich halt mal so einen Hackenkart rechts ins Semiraff, leg was vor, pitch drauf, mach dann den 10-Meter-Putz und Birdie, alles gut. Sondern in dieser Manier, Chapeau. Und das hat ja auch Anklang überall gefunden. Ich meine, in jedem, jetzt haben wir doch gefühlt das geschafft, was wir seit Jahrzehnten versuchen. Wir sind in der Breite der Medienlandschaft angekommen. Jetzt flippen sie aus. Jetzt flippen sie alle aus. Was ist dieses Golf eigentlich? Sollten wir uns vielleicht mal genauer angucken. Richtig, genau. Zwar ist natürlich, ich meine, am Ende klar, nur über, sag ich mal, Medaillengewinn möglich gewesen. Das ist schon klar. Weil, seien wir doch mal ehrlich, so vier Runden C-Wertspiel ist jetzt nicht irgendwie so ein Format, wo jemand, der mit Golf nichts zu tun hat, zuschauen kann und sagen kann, naja, alles logisch, alles ersichtlich, kann dem wunderbar folgen. Ist ja alles, sag ich mal, einfach zu verstehen. Das hast du aber sogar bei den Anmoderationen vom Studio, wenn dann mal Golf im normalen Stream kam, also in der richtigen Live-Übertragung. Du konntest ja die ganze Zeit online quasi on demand draufklicken und das im Stream angucken. On demand ist Quatsch. Also live im Stream angucken. Aber wenn es dann mal im Hauptprogramm kam, hast du an der Anmoderation schon gemerkt, meine Damen und Herren, nun schauen wir uns eine Sportart an, die sie wahrscheinlich alle kennen. Aber es ist etwas anderes als zum Beispiel die Leichtathletik, wo sie sich auch auskennen. Wir geben ab zum Golf. Da hast du immer gemerkt, auch wer jetzt zum Beispiel von den Moderatoren im Studio mit Golf was anfangen konnte, da war eine ganz andere, da war ein ganz anderer Stolz dahinter oder eine Freude oder halt eben diese Anmoderationen von denen, die halt mal gesagt haben, naja, müssen wir auch mal machen. Jetzt schalten wir mal rüber zum Golf. Sag ich mal geil. Oder auch wie der Moderator, der Kommentator, wie der ausgeflippt ist von der ARD. Allein das Glück, dass der wahrscheinlich mal live Golf kommentieren durfte, weil es halt nicht auf Sky kam, sondern in der ARD. Überragend. So, der dann wirklich bei jedem Schlag nochmal nachgerechnet hat, was, wenn, wo jetzt denn passiert und ab welcher Sekunde jetzt Esther tatsächlich mal eine Medaille sicher hat. Oh Gott, jetzt ist es auch noch Silber oder doch nicht. Ich rechne lieber nochmal nach und ich mache das mit Ihnen hier live im Fernsehen, weil ich drehe gerade hier durch in Paris. Das fand ich so toll. Das hat mich so gepackt. Ich fand das richtig geil. Das ist doch eigentlich auch das Spannende irgendwo in unserer Sportart dann auch. Weißt du, also du hast so eine Runde, die dauert irgendwie viereinhalb Stunden und du kannst innerhalb diesen viereinhalb Stunden eigentlich nonstop alles hoch und runter rechnen. Also was ist, wenn der jetzt dann hier oder wenn die Spielerin nochmal das macht und am letzten Loch statistisch wahrscheinlich eher Boogie oder Doppelboogie und wenn die Esther jetzt aber trotzdem irgendwie Birdie, dann könnte das ja so und so und überhaupt, dann hast du sie nicht gesehen. Und sicher ist es übrigens auch noch gar nicht. Da muss noch jemand am Ende irgendwie auch noch die Goldmedaille irgendwie reinbringen an diesen letzten drei, vier Löchern, die ja auch nicht ganz entspannt sind. Also das ist ja auch das, was so, sag ich mal, unserer Sportart auch diesen Nervenkitzel verleiht. Oder auch, vergleiche es ja, Solheim Cup oder Ryder Cup. Einfach diese fünf Minuten zwischen dem zuletzt geschlagenen Schlag und dem, der jetzt kommt. Dieser extreme Aufbau dieser Vorspannung. Und das haben wir jetzt dort, sag ich mal, in der Breite, in der breiten Medienlandschaft richtig gut rübertransportiert bekommen. Und das trotz dieses Formats C-Wertspiel. Oder vielleicht war es genau das C-Wertspiel, das dazu geführt hat. Wie auch immer, es ist mir egal. Ich habe auf jeden Fall auch in meinem Umfeld, das mit Golf weniger zu tun hat, auch gesagt bekommen, hey, da war ja irgendwie cool bei euch, da haben wir jetzt ja eine Silbermedaille oder so. Also das kommt schon an bei den Leuten. Und ich bin jetzt echt gespannt, was in den nächsten Wochen, Monaten oder wie auch immer passiert. Jens, du als jemand, der so ein bisschen aus der Werbeindustrie kommt. Ja? Nein! Also was müsste jetzt geschehen? Gib uns doch allen meinen Tipp. Was müssen wir jetzt machen, um diesen Golfsport weiter in der Gesellschaft zu verankern, weiter voranzutreiben? Grow the game, wie es heißt. Was muss jetzt geschehen? Das passiert schon. Das ist allein auch schon beim Final Four passiert im Riethof in München. Das war so ein geiles Finale und dass das auch noch im Fernsehen kam. Also man muss ja wirklich mal diese letzten zwei Wochen einfach nur mal aus Golf-Deutschland sich mal angucken. Also beim Final Four wurde ein Feuerwerk abgerissen. Das war noch nicht perfekt, das weiß ich. Aber ich meine, man muss sich mal vorstellen, was da für eine Geschichte hochgefahren worden ist. Die deutsche Mannschaftsmeisterschaft kam im Fernsehen und hat ein neues Publikum erreicht. Gut so. Warum jetzt ausgerechnet Hamburger Damen-Golf so dermaßen durch die Decke geht in den letzten Tagen? Da scheint auch irgendwas richtig gelaufen zu sein. Erst die Falkensteiner Mädels, die die deutsche Mannschaftsmeisterschaft holen, dann jetzt Esther, die in Paris die Silbermedaille gewinnt. Allein auch das, dass das im Fernsehen kam, im Free-TV, also nicht mal auf Sky oder in irgendeinem Stream, wo man sich irgendwo einloggen muss in Anführungszeichen, sondern dass das einfach im Fernsehen kam. Und dass das nochmal in der Zusammenfassung abends kurz vor den Nachrichten kommt. Und dass das in der dritten Zusammenfassung nochmal nachts um 23 Uhr kommt. Dass du das dir jetzt immer noch, und das finde ich auch geil, man kann es sich immer noch angucken. Über eine Woche lang ist in der Mediathek, der ARD und auch im ZDF, kannst du dir diese Runde von Esther nochmal ganz entspannt angucken. Das ist überragend. Also mach das gerne nochmal, um das einfach nochmal zu genießen. Das reicht erstmal, glaube ich. Es reicht, wenn der ein oder andere, vielleicht zwei Leute, das gesehen haben und vielleicht aus irgendeiner Wirtschaft, Industrie Geschichte kommen und sagen, hey komm, da wäre es doch cool, wenn wir da mal ein bisschen investieren. Weil die spüren, dass dieser Sport in den letzten Jahren immer mehr boomt und jetzt so ein bisschen den Gipfel erreicht hat mit dieser Silbermedaille in Paris von Esther. Das, glaube ich, passiert von alleine. Wir müssen jetzt gar nichts groß machen. Also jetzt irgendwie zu sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen Werbung hier. Das muss sowieso jeder Golfclub machen. Ich glaube, das ist bei jedem Golfclub auch klar. Also du musst natürlich gucken, dass du Kids und die Jungs und Mädels da irgendwie anlockst und sagst, probier es doch mal wenigstens aus. Du musst hier nicht mit dem Helikopter, mit deinem Butler oder mit deinem Maybach vorfahren. Das ist nicht mehr. Du kannst dir hier ganz entspannt mit deinen Kumpels, mit deinen Freundinnen und Freunden, kannst du hier Golfen anfangen und dann gucken wir mal und dann kannst du bei uns eine tolle Zeit erleben. Ich glaube, das passiert. Ich glaube, wenn wir auf die letzten Jahre gucken und wenn wir einfach nur auf die letzten Podcasts von uns gucken, wie oft wir das schon gesagt haben hier, es passiert was, es ist spürbar und das ist gut so. Und diese Community und alles, was da drin steckt und die Leute, die da auch in irgendeiner Art von Position sind, die was bewegen können, die machen das richtig. Und das ist gut so. Deswegen glaube ich, muss ich da jetzt nicht irgendwie noch überlegen, was man nicht noch alles machen könnte. Ich glaube, vieles passiert gerade sowieso und das geht alles in die richtige Richtung. Und das, was Esther da erreicht hat, das finde ich erst mal für sie überragend. Das finde ich richtig cool. Da hätte ja wirklich auch niemand damit gerechnet. Also wie gesagt, Sonntagmorgen habe ich gedacht, ja, heute ist Finale. Ich will es angucken. Ich werde es nicht verpassen. Vielleicht gucke ich es mir danach nochmal in den Highlights an. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir am Schluss im Fernsehen sehen, wieder die deutsche Flagge hochgehievt wird und wir eine Silbermedaille um den Hals gehängt bekommen. Nicht wir, sondern Esther, aber trotzdem. Und dass sie im deutschen Haus nochmal so dermaßen abgefeiert wird und dass sie diese Schlussfeier jetzt mit einer ganz anderen Emotion nochmal erleben konnte und so weiter und so fort. Das ist das Geile. Und wenn sie das ein bisschen auch weitererzählt und immer mehr Kids und immer mehr das sehen und Esther dann vielleicht auch. Du hast in der letzten Folge erzählt, wir haben irgendwie ein Nachwuchsproblem bei den Mädels. Vielleicht genau in dem Moment ist das jetzt im richtigen Moment gekommen, dass zumindest in 10, 15 Jahren vielleicht die, die jetzt aufgrund von Esther Silbermedaille sagen, hey Mama und Papa, könnt ihr mich mal zu diesem Golfplatz fahren? Ich will es mal ausprobieren. Ja, verdammt, vielleicht hat das jetzt was bewirkt. Cool. Also der Grund, warum ich dich das gefragt habe, ist, und da finde ich deine Meinung auch immer total interessant. Wenn du Golf spielst, wenn ein Jens Zielinski Golf spielt, dann geht er nicht golfen, um sein Handicap zu unterspielen. Nein. Um, keine Ahnung, Rekorde zu brechen. Nein. Um irgendwie die Bestleistung zu schaffen. Nein. Möglichst wenig. Selbst die Anzahl an verschossenen Bällen ist dir egal. Hauptsache du kommst irgendwie über einen Golfplatz. Ja. Richtig. Das heißt, du hast eigentlich mit diesem gesamten Leistungsmotiv bei dem Golfen gar nichts zu tun. Gar nichts. Gar nichts. Da bist du fein raus bei der Nummer. Genau, da bist du fein raus. Feierst aber quasi den Olymp des Leistungssports, nämlich die Olympischen Spiele. Ja, klar. Im Golf. Ja, so. Und das ist ja genau das, was wir irgendwo versuchen. Wir versuchen, Leute zum Golfsport zu bringen, die, sag ich mal, noch gar nicht vielleicht so wirklich wissen, was sie mit dem Golfsport überhaupt anfangen sollen. Ja, die vielleicht noch nicht dieses Leistungsmotiv haben oder vielleicht generell überhaupt keins haben. Und deswegen finde ich es total spannend, dass du es schaffst, diese Brücke zu schlagen für dich selber zwischen eigentlich spiele ich Golf, um irgendwie ein paar Kilometer spazieren zu gehen und sporadisch mal auf so ein Gummiding einzudreschen. Und gleichzeitig feierst du komplett diesen Leistungssport ab. Ja, gut. Ich habe aber jetzt auch vielleicht einen anderen Zugang. Also ich meine, ich kenne jetzt Bernd und dich sehr lange und über euch bin ich jetzt in dieses Tour-Ding so ein bisschen reingekommen. Und natürlich finde ich das toll, wenn ich den Spielern, Spielerinnen zugucken kann und weiß, die wissen, was sie da tun. Oder denen passiert auch mal ein Blödsinn oder so. Aber ich weiß halt auch in meinem tiefsten Innern, dass ich da Meilen, Milliarden Kilometer von entfernt bin. Aber trotzdem finde ich es geil. Ich gehe ja auch zum VfB, habe eine Dauerkarte und gucke mir das Fußballspiel an, obwohl ich selber überhaupt kein Fußball spiele. Ich bin halt Fan. Ich bin Fan dieser Sportart. Ich bin Fan von Leuten, die das können. Und ich bin Fan von dem ganzen Drumherum. Also durch euch habe ich ja kennengelernt, wie kompliziert dieser Sport eigentlich ist, abseits des Platzes, was da nicht noch alles passieren muss als Profi und so. Und das finde ich interessant. Das interessiert mich. Darüber sprechen wir hier im Podcast. Aber deswegen weiß ich auch, dass ich immer noch happy sein kann, wenn ich so wie letzte Woche mit ein paar Freunden im GC Neckartal 18 Loch spielen kann und mich dabei nicht verletze. Verletzungsfrei über die Golfrunde kommst. Wenn ich einfach sicher wieder im Clubhaus ankomme und wieder nachfällig einen Kaffee bestellen kann. Das ist für mich toll. Oder allein die Tatsache, dass ich tatsächlich nach vier Loch sagen kann, ich spiele immer noch mit dem ersten Ball. Leute, es ist ein großartiger Tag. Darauf kommt ihr ja im Leben nicht. Aber sowas macht mich glücklich. Damit bin ich happy. Das ist für mich die Silbermedaille auf meine Art. Wenn ich nach vier Loch sagen kann, ich habe noch keinen Ball verloren. Aber es ist eine ganz andere Ebene. Aber einfach mal zu sehen, was passiert da im Profibereich, das finde ich geil. Aber natürlich kannst du nicht jedem Kind, was irgendwie anfängt und mal so ein Schnupperding macht oder auch jeder Erwachsene, der vielleicht so ein Schnupperding macht. Das muss ja jetzt nicht nur auf ganz, ganz junger Ebene sein. Dem kannst du nicht gleich erzählen, übrigens, wenn du auf die Tour willst, dann musst du das und das und das können. Oder jetzt machen wir erst mal zehn Liegestütze und dann kümmern wir uns mal um deine Wedges. Das ist ja was ganz anderes. Aber allein so diese Glückseligkeit, die du ja spüren kannst, wenn die Leute zum ersten Mal so einen Ball überhaupt mal treffen. Das ist ja der erste Moment, wo du entweder dann danach drogenabhängig bist von dem Sport oder nicht. Ja, ist ja so. Das ist wirklich so. Ich habe das bei keiner anderen Sportart so erlebt. Genau. Du hast ja auch Tennis gespielt. Ich meine, klar, da triffst auch irgendwann mal so einen Aufschlag oder so eine Vorhand oder so eine Rückhand. Aber wenn das Siebene Eisen zum ersten Mal in deinem Leben irgendwie diese 110, 120 Meter sauber getroffen, irgendwie die Driving Range runtersegelt. Das ist Sex. Also das ist tatsächlich Sex auch mit Orgasmus am Ende. Das ist genau das, was dann dich irgendwie dann im Kopf so triggert, dass du sagst, ich glaube, ich probiere das nochmal. Ich hole mir nochmal einen Eimer. Ich bleibe da jetzt dran. Aber wenn du einen Eimer brauchst, um überhaupt mal... Also wenn... Einen. Das beste Beispiel, mein bester Freund Tommy, der damals, du kennst ihn auch, angefangen hat, mich auszulachen von wegen, ach jetzt golfen, ja? Fährst du wieder eine Woche nach Griesbach, ja? Zu den hier Rentnern und so. Ich sage, komm doch mal vorbei. Die haben erstens ein gutes Weißbier in Bayern. Damit konnte ich ihn schon mal locken. Und dann probier's doch mal. So, Bad Griesbach, Golfo Drom. Natürlich hat der Mann sich damals für 5 Mark einen ganzen Eimer, den großen Eimer geholt. Ich habe mir erst mal gesagt, nehm erst mal 2 Mark. Hol dir mal einen kleinen Eimer. Nein, Tommy holte sich den großen Eimer für 5 Mark. So. Und dann hatte ich schon zwei Eimer weggeballert. Dann war der immer noch an seinem zweiten Ball da dran, von diesem Rieseneimer und hat es einfach nicht geschafft. Das Loch vor ihm wurde immer tiefer, weil er immer mehr Dreck weggehauen hat. Aber trotzdem ist er dabei geblieben und hat dann trotzdem irgendwann die Platzreife gemacht. Das hat ihn irgendwie angefixt. Aber das waren die Momente. Da musst du erst mal durch. Und das ist ja auch das, was die meisten nicht verstehen. Dass die Schwierigkeit, diese kleine weiße Kugel zu treffen, schon größer ist, als man vielleicht denkt. Und deswegen muss diese Hürde über... Das ist das Einzige, glaube ich, was wir schaffen müssen. Dass diese Hürde übersprungen wird, ich probier's mal aus. Ich trau mich. Ich gehe da hin. Es ist nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Das ist eigentlich genauso, wie wenn ich zum Minigolfplatz gehe. Ich gehe da hin. Da ist ein Tresen. Dahinter sitzt eine nette Frau, ein netter Mann. Und dann sage ich, ich würde gerne mal auf die Range oder so. Oder es gibt einen Schnupperkurs, den ich mache. Wenn wir das schaffen, dass die Leute das einfach mal machen, dann haben wir es schon geschafft. Das ist, glaube ich, die einzige Hürde, die wir packen müssen. Alles andere ist nicht so kompliziert. Weil da entscheidet sich, wirst du abhängig oder nicht. Ja, ist das so. Das ist eine Droge. Golf, eine der gesündesten Drogen der Welt. Ja, das wäre ein guter Slogan. An den können wir mal rumdoktern. Aber es ist doch so. Die Leute werden danach angefixt und sind dann abhängig. Süchtig. Süchtig nach, nicht nur dem Sport, sondern dann geht's ja weiter. Industrie. Kaufen, kaufen, kaufen. Neuer Treiber. Aber jedes Jahr, aber locker. Oh, hast du schon gesehen? Die neuen Testergebnisse im Golf-Magazin von Ich schieße mich tot. Die neuesten Putter, ja, da bestelle ich mir mal einen. Weil ich will ja im Handicap besser werden. Und das geht ja nur, wenn ich auch den gelben Handschuh jetzt rechts trage. Der neue von Weiß der Kuckuck. Das ist ja auch so krass. Es triggert dich ja auf jeder Ebene. Shopping-Verrückte werden glücklich im Golf. Leute, die gerne Geld ausgeben, sind sowieso happy im Golf. Leute, die sich sportlich betätigen wollen, sind happy im Golf. Keine Ahnung. Leute, die gerne trinken, sind auch happy im Golf. Du kommst, ja doch, ist doch so. Du findest alles. Danke, Esther, dass du ein neues Zielpublikum für uns, du hast jetzt wahrscheinlich eine neue Tür aufgemacht. Herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille in Paris. Was glaubst du denn jetzt aus Profisicht, was macht das denn jetzt mit ihr? Jetzt drehen wir mal den Spieß rum. Jetzt denken wir mal nur an Esther. Also es ist schon ... Am Ende war es, also wenn man es jetzt ganz kalt sieht, am Ende war es eigentlich ein Turnier wie jedes andere auch. Du bist angetreten gegen die besten Spieler der Welt, über vier, also mehr oder weniger die besten Spieler der Welt, über vier Runden C-Wertspiel und du bist Zweite geworden. Das ist schon mal, hey, da kannst du schon mal einen High Five geben. Hey, habe ich gut gemacht. Das nächste ist, was es mit einem als Profi macht, ist, glaube ich, Perspektive. Perspektive durch den Austausch mit Athleten aus anderen Sportarten. Dadurch, dass wir ja eigentlich nicht an den Olympiastützpunkten trainieren, sondern da nur punktuell sind, haben wir einen sehr, sehr überschaubaren Austausch mit den anderen Athleten und wissen nicht so wirklich, was in deren Sportarten abgeht, was sind die Herausforderungen, was sind die Möglichkeiten und so weiter und so fort. Also ich weiß zum Beispiel von meinem Kumpel Johannes Lochner, dass der sagt, dass wir im Golf total krasse Möglichkeiten haben, also in was für Hotels wir abhängen, wie wir unterwegs sind, wie wir reisen, die Gelder, die wir verdienen können und so weiter und so fort, dass das in seiner Sportart ganz anders ist, ja. Ja, du lebst auf dem Berg oben, da musst du schauen, dass du dann vorher noch drei, vier Tannen fällst und dann musst du erst mal mit dem Team ein Haus bauen. Richtig, so schaut's aus. Ja, sauber. Und deswegen, es ist wahrscheinlich Perspektive durch den Austausch mit den anderen Athleten. Ja. Es ist auch Perspektive über die Infrastruktur, in der du wohnst. Es ist eben nicht irgendwie ein Ritz-Carlton oder was auch immer für ein Spielerhotel, das wir da in dem Moment haben, sondern das ist halt das olympische Dorf. Ja, so. Und je nachdem, wie die Spieler aufgestellt sind, vielleicht ein neuer Bezug zu einem Motiv. Und das Motiv, das ich meine, das war vor allem im Nationalkader mehr oder weniger da, einfach so, okay, ich spiele nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für eine Nation, wenn jemand dafür zugänglich ist. Ich spiele vielleicht für eine Golfgesellschaft. Ich spiele nicht nur für mich allein, sondern auch für viele andere. Wenn sich der Spieler, die Spielerin damit identifizieren kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder das haben muss. Ja. Das ist alles in Ordnung. Ja. Aber vielleicht kann es ja auch noch gewisse, sage ich mal, eine gewisse Motivation beflügeln oder ein Motiv noch hinzuhängt zu dem, die sowieso bereits da sind, dass man sagt, hey, das ist richtig cool und es macht Sinn, alle vier Jahre da wieder darauf hinzuarbeiten, dass ich wieder in dieser Position bin, dass ich wieder vor einer breiten medialen Masse unsere Sportart präsentieren kann. Ja, also nochmal so eine extra Motivation, das zu tun, was man sowieso gerne macht. Weil am Ende, wenn man zu einem Punkt kommt als Profi, dass man seine Schäfchen im Trocknen hat, also finanziell, nimmt die Motivation über, hey cool, ich kann Geld verdienen, sehr stark ab. Und dann braucht es andere Dinge, dann braucht es andere Motive, dass man weiterhin dranbleibt, an sich arbeitet und versucht, sein bestmögliches Golf zu spielen. Und das könnte ein Baustein dafür sein. Diese Woche und auch die nächste Woche ist sie schon wieder mit den anderen Mädels auf der normalen Tour unterwegs. Sie sind in Schottland, wir drücken die Daumen. Sie hat ja selber gesagt, sie hat in den letzten Wochen und Monaten schon sehr gut gespielt. Die Silbermedaille nimmt sie gerne mit. Und jetzt hofft sie natürlich, dass es in dem Sinn weitergeht. Damengolf aus der Hamburger Region momentan das Nonplusultra. So, jetzt darfst du die nächsten Themenfelder aussuchen, mein Lieber. Ich habe noch Doping-Sperre für Graham McDowell. Ja, fand ich auch spannend. Dann haben wir eine schöne Geschichte rund um die German Challenge, die ja vor der Nase sitzt. 5. bis 8. September im Wittelsbacher Golf Club. Dann habe ich meine Golf-Geschichte der Woche. Und wir haben noch die Aufsteiger in die erste Liga. Denn nach dem Final Four gab es ja noch die großen Spiele um. Wer ist denn nächstes Jahr in den ersten Ligen Nord, Süd, Damen, Herren dabei? Also das hätte ich jetzt noch auf dem Zettel stehen. Was hätten wir denn gern, Herr Fritsch? Also wenn wir bei Olympia sind, ich meine, das kann man ja jetzt auch so beschreiben, dann kann man ja auch über Doping reden, oder? Also, sorry. Ja, Graham McDowell. Das ist ja dann naheliegend. Die Lift-Tour, hätte ich auch nicht gedacht, dass die Lift-Tour da so rigoros ist. Das hätte bei der Lift-Tour, hätte ich jetzt, also als wir am Anfang über die Lift-Tour gesprochen haben, mittlerweile habe ich vielleicht eine kleine, eine leicht andere Meinung als am Anfang. Aber am Anfang hätte ich jetzt gedacht, die Lift-Tour sagt dann, ey Graham, das geht nicht, aber komm, wir sagen es keinem. Genau, wir sagen alle, dass du total böse warst, aber am Ende kannst du doch spielen. Ja, ja, aber wissen wir ja nicht. Also er hat das falsche Nasenspray benutzt. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie sich irgendwelche Spritzen reingeballert hat oder Blut-Doping wie bei der Tour de France oder sowas. Nein, 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 nein. Er ist zum offiziellen Doping-Test abgeführt worden. Nach einer ganz normalen Runde. Und da kam eben raus, dass irgendein Wert höher war. Und dann kam raus, oh, wir haben heute Morgen ein Nasenspray mir in die Nase geballert. Und da ist dieser Wirkstoff wohl drin und der steht auf der Doping-Liste. Muss man halt aufpassen, muss man wissen. Genau, das ist die Verantwortung eines jeden Spielers, die muss er immer überprüfen und Spielerin muss immer überprüfen, ob die freigegeben sind von der NADA und oder der WADA, also der Nationalen Anti-Doping-Agentur oder der Welt-Anti-Doping-Agentur. Die geben ja dann im Jahr immer ihre Listen raus mit Sachen, die verboten sind und die muss man halt überprüfen. Ja, da ist die Verantwortung vollumfänglich bei dem Athleten. Bei der Athletin muss dann gegebenenfalls auch sicherzustellen, dass es eben nicht kontaminiert ist, vielleicht sogar Proben abschicken, um zu schauen, okay, ist das wirklich sauber? Also das ist schon nicht ohne. Man kann natürlich ein TOE machen. So eine Therapeutic Use Exemption ist auch das, was Graham McDowell in seinem Statement angesprochen hat. Dass man halt sagt, hey Leute, ich weiß, es ist verboten, aber guckt mal, ich habe hier eine medizinische Geschichte und deswegen brauche ich das Zeug, wie, sage ich mal, bei nahezu fast allen Ausdauerathleten, dass irgendwie hat jeder Ausdauerathlet, der olympisch aktiv ist, sage ich mal, Lungenbeschwerden und braucht Mittelchen, um, sage ich mal, die Lunge zu erweitern oder etwas funktionaler zu machen und dafür braucht man halt ein Therapeutic Use Exemption. Hatte übrigens auch, ich habe Heuschnupfen, ja, also von daher, ich falle genau in die gleiche Kategorie, über die ich mich gerade so ein bisschen lustig gemacht habe und da hatte ich dann auch bei der Tour ein TOE-Formular abgegeben, dass ich halt eben Heuschnupfen habe und ab und zu mir so Kortison verabreichen muss, wenn es dann mal ein bisschen zu schlimm ist, aber das sollte man alles im Vorfeld machen, damit es dann zu einem Punkt kommt, halt eben nicht so wirklich was passiert. So, was ist für Graham jetzt, was ist für Graham passiert? Naja, der darf jetzt dann diese Woche nicht mitspielen. Eine Woche ist er gesperrt. Er ist eine Woche gesperrt, darf dann beim nächsten Turnier wieder antreten, also ist das überschaubar. Tea Time. Ja, es ist nett von Ihnen das zu sagen, aber ich trainiere schon mein ganzes Leben, um Eishockey-Spieler zu werden. Golf ist nicht viel anders als das. Man braucht Talent und Selbstdisziplin. Für Golf braucht man karierte Hosen und einen fetten Arsch. Sie sollten mit meinem Nachbarn reden, dem Buchhalter. Bestimmt ein toller Golfer, zehn Tonnen Arsch. Hey, ich wette, dein Nachbar, der Buchhalter kann den Ball nicht 400 Meter weit schlagen. Der Golf-Podcast. Ich bin ja jetzt mittlerweile in der Riege der Golfer angekommen. Ich spiele mindestens einmal die Woche Golf und zwar 18 Loch und es ist überragend. Und ich habe eine so typische Situation erlebt, wie wir sie auch schon oft in diesem Podcast besprochen haben. Es war jetzt kein Hansi hilft, sondern es war wieder so eine Situation aus der Kategorie der ewige, dauerhafte Schwanzvergleich auf diesen blöden 18 Loch. Jetzt bin ich gespannt, was ist passiert. Wir waren letzte Woche, geht sie in Neckartal, petten will, unbedingt mal spielen, schöne Wiese. Also wir waren unterwegs, Vierer-Flight und hinter uns, man hat schon gemerkt, die wollen ein bisschen hupen, also sprich, die wollen irgendwann mal vorbei. Die waren mit dem Kart unterwegs, zwei junge Männer, haben wir dann irgendwann am Part Drei gesagt, okay, jetzt haben wir schon alle vier abgeschlagen, die kommen jetzt vom letzten Grün, komm, dann sollen die jetzt auch schnell abschlagen. Die sind mit dem Kart eh schneller Abfahrt durchgewunken und dann haben die zwei also dann ihre Schläge aufs Grün gemacht, wobei ein junger Mann, der beiden Amerikaner, das Ding rechts nebens Grün in den Wald geschossen hat. Dieser Wald war mit roten Flöcken markiert, drei Stück, ein erster, ein zweiter und ein dritter. Der erste war entsprechend der kürzeste von uns aus gesehen, der mittlere war etwas mit der mittlere, der letzte war etwas weiter weg. Also ich sage jetzt mal, der erste rote Pfahl war so bei 160 Meter und der letzte bei knapp 200. Also jetzt reden wir mal nur von der Entfernung und es haben alle gesehen, dass der Ball exakt am ersten roten Pflock in den Wald gehoppelt ist. Und zwar nicht weit, sondern nur so ein, zwei Meter. Also waren wir uns alle sicher, den Ball kann man finden. Ja. Jetzt wollte er auch keinen zweiten schlagen logischerweise, weil es war ja rot, also dachten wir alle ja logisch. Der geht jetzt dahin, wo wir ihn alle gesehen haben und droppt das Ding und spielt dann halt von mir aus einen Bogey, wenn es gut läuft oder keine Ahnung. Und wir hatten ja auch schon abgeschlagen, das heißt, wir liefen langsam den beiden hinterher. Und der junge Mann fing an, beim letzten Pflock zu suchen, bei den 200 Metern. Dann hat der Kollege aus meinem Flight schon mal schön 100 Meter weit vorgerufen, nee, 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 der war much shorter, much shorter war der Ball, verstehst du? Der war am ersten Pflock, muss nur die 50 Meter weiter nach vorne laufen, da liegt er. No, no, no problem, I'm fine, I'm fine. Und du hast genau gemerkt schon an seiner Reaktion, ey Leute, ich such doch jetzt nicht bei 160 Metern, ich bin hier der Geile, ich hau immer 200, ich hau immer lang. So. Mein Flight-Kumpel hat aber jetzt da nicht aufgegeben und hat sich jetzt nicht unbedingt nur um seinen Ball gekümmert, sondern er fing jetzt an, den Ball des Amerikaners zu suchen, weil er wollte ihm beweisen, Alter, ich hab das gesehen. Oh nee, Alter, ich seh schon, komm. Die Situation ist also geendet in einer unglaublich lustigen Situation, weil mein Kumpel findet den Ball dann auch noch, aber der Amerikaner wollte das nicht wahrhaben, weil er wollte einfach nicht zugeben, dass der so kurz war und ist dann einfach abgebraust. Er hat das Loch dann irgendwie gestrichen, er ist auch nicht zu Ende gespielt, er hat auch keinen von uns mehr angeguckt und wir hatten den Ball dann sogar irgendwann in der Hand. Also es gab den Satz, hallo, ich habe deinen Ball und der Amerikaner hat nicht mehr reagiert. Entweder war es vor seinem Flight-Partner ihm peinlich oder was auch immer, aber er wollte ums Verrecken nicht zugeben, dass das jetzt so stimmt und dass er wirklich zu kurz war. Das war eine, finde ich, so typische Situation, die du so oft auf dem Golfplatz hast, dass es immer um dieses, ich hab den längsten, das geht mir so auf den Sack. Entschuldigung. Also ja, kann ich, ja, ja, also ich würde jetzt einfach mal eine Lanze brechen und eine andere Möglichkeit ins Feld führen. Es kann sein, es kann sein, dass dieser englischsprachige Genosse da draußen ein Match gespielt hat gegen irgendjemand anderen, ja, und wollte weiter vorne droppen. Ah, oh scheiße. Ja, ja, anstatt 100 Meter weiter zurück, ja. Vielleicht hatte er seinen Gegner schon überredet bekommen, so, ja, der ist erst da hinten ins Wasser, nennen es rein, ich droppe da bei der 100-Meter-Marke, ja, und hätte somit einen Schlag aufs Grün gehabt. Ihr Idioten habt dafür gesorgt, dass er quasi des Halbschummelns überführt wurde. Also, seine Reaktion würde für deine Theorie sprechen, ehrlich gesagt. Ja, und hat wahrscheinlich am Ende noch das Match verloren und will euch nie wieder in seinem Leben auf der Anlage sehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, sehr gut. Sehr gut. Also habt ihr mal wieder toll gemacht. Macht sehr viel für die, sag ich mal. Ja gut, also. Wir helfen gerne, er hat keinen Ball verloren. Wir haben, also nee, Quatsch, er wollte ihn auch gar nicht haben. Ich glaube, wir haben den Ball da mitgenommen. Okay. Ganz skurrile Situation. Tea Time. Heute bin ich so richtig Eis auf dem Ball. Der Golf-Podcast. Es sind noch vier Mannschaften zu feiern in dieser Folge. Zwei Damenmannschaften, zwei Herrenmannschaften, die am letzten Wochenende den sensationellen Aufstieg in die erste Liga, in die deutsche Golf-Liga geschafft haben und damit dann auch die Chance haben, im nächsten Jahr, 2025, in das schon oft besprochene Final Four im Riedhof einzuziehen. Florian Fritsch war auch tatsächlich bei einer Partie um den Aufstieg beteiligt. Nicht als Spielerin, sondern als Trainerin. Welche Funktionen hattest du am Wochenende für Mannheim-Firnheim? Coach. Coach. Ich war quasi als Trainer und Kapitän dabei. Und wie sollen wir das jetzt kommunizieren, dass es leider nicht geklappt hat? Trotz deiner Rolle. Okay, dann versuche ich jetzt mal die Pressemitteilung zu machen. Nach hartem Kampf. Der Golf-Club Mannheim-Firnheim 1930 e.V. trat an im ersten Golf-Club Fürth gegen die Damen des Golf-Clubs Nürnberg-Reichswald. In einem fulminanten Finale dieser bis jetzt sehr besonderen Saison trat der Sieger der 2. Bundesliga Mitte gegen den Sieger der 2. Bundesliga Süd an. Drei Vierer wurden gespielt vormittags, sechs einzeln nachmittags, über einen Tag, 36 Loch hinweg, kämpften die Spielerinnen des Kapitäns Florian Fritsch gegen den Kapitän Mark, dessen Nachnamen ich jetzt leider nicht weiß, der Kollege aus Reichswald. Liebe Größe. Weil die Playing-Captain Stephanie Kirchmeier, ehemalige Nationalkaderspielerin und Ladies European Tour-Spielerin, hat gespielt. Deswegen hat man den Markt genommen als Kapitän, quasi als extra Person, die dann quasi in diesem gesamten Ding mitarbeiten konnte. Weil die Caddy-Regelung wurde im Gegensatz zum Final Four für die Aufstiegsspiele nicht aufgehoben, sondern war weiterhin ein Effekt. Das heißt, nur die Ersatzspielerinnen durften Caddy machen. Oder halt der Kapitän. Und am Ende gab es ein knappes 5 zu 4 für die Reichswälderinnen. Und die dürfen sich jetzt dann nächstes Jahr auf ihre Teilnahme in der 1. Bundesliga Süd freuen, während die Mannheimerinnen ein Jahr Zeit haben, erneut um den Aufstieg in die 1. Bundesliga kämpfen zu können. Sehr schön, Herr Nagelsmann. Vielen Dank für diese Ansprache. Bei den Herren in der Liga Süd freuen wir uns über einen neuen Bundesligisten aus Augsburg. Herzlichen Glückwunsch. Und im Norden, da kommt Hannover. Geht's relativ schnell, oder? Da geht's relativ schnell. Herzlichen Glückwunsch, Hannover. Punkt. Fertig. Das war's. Die Herren des Golfklubs Hannover unter der Führung von Freddy Amon haben den Aufstieg in die 1. Bundesliga geschafft. Und was die Herren können, können die Damen schon gleich dreimal. Und auch da. Richtig, nachdem sie abgestiegen sind, haben sie jetzt direkt wieder sofort den Aufstieg zurück in die 1. Bundesliga geschafft. Ehrlich muss ich sagen, den Namen des Kollegen müsste ich eigentlich wissen. Mit ihm zusammen habe ich die A-Trainer-Ausbildung gemacht. Übrigens an der Stelle vielen herzlichen Dank für die Parfümsuggestion. Also eins seiner Hobbys. Er ist sehr gut in, also so wie es halt Weinsommeliers gibt, so scheint es irgendwie so Parfümsommeliers zu geben. Und er ist quasi einer davon, der Kollege. Und anscheinend, nachdem er ein bisschen Zeit mit mir verbracht hat bei diesen ganzen A-Trainer-Geschichten, war er der Meinung, dass ich mal ein gescheites Parfüm brauche und hat mir deswegen mal was empfohlen. So auf dich zugeschnitten? Ja, so ein bisschen. Also dann, weißt du, man hat sich ja so kennengelernt. Habt ihr ein Duftfitting gemacht, ihr zwei? Ja, so ein bisschen. Ich habe ein Duftfitting bekommen. Ja und? Hast du Wünsche äußern dürfen oder hat er dich angeguckt? Also er hat mir eine Ampulle geschickt. Hat mal im linken Ohrläppchen gerochen, hat gesagt, Oh, da muss mehr Bergamot dran oder so Quark. Wie lief's ab? Komm, nimm uns mit auf diese erotische Findung. Ja genau und an den Handgelenken brauche ich etwas mehr Zitrone, Limone, Limettenduft. Also es ist schon so, dass ich eher so ein fruchtiger Typ bin, weißt du. Mehr dann in der FSK 18-Folge von T-Time, jetzt bei Onlyfans. Auf jeden Fall, der Kollege hat es auch geschafft, den Aufstieg mit den Hannover-Rennen hinzukriegen. Herzlichen Glückwunsch. An den Norden! So. Schön. Schön, gell? So. Haben wir gut gemacht. Und dann haben wir jetzt noch das Highlight der Folge eigentlich. Zum guten Ende, zum guten Schluss. Am 5. bis 8. September findet die Big Green Egg German Challenge Powered by VCG im Wittelsbacher Golf Club statt. Wir freuen uns wieder wie ein Schnitzel, wir sind jedes Jahr wieder offizieller Turnier-Podcast. Geiler Club, geiles Ding, geiles Turnier, überragende Spieler, die Challenge-Tour auf deutschem Boden bei Ingolstadt. Jetzt gibt es noch Tickets auf germanchallenge.de. Aber noch geiler ist, es gibt dieses Jahr einen T-Time Pro-M-Flight. So. Ein ganzer Flight. Da spielen so illustre Menschen mit wie ich. Oh Gott, ja, toll. Ja, komm, ich muss ja ein bisschen, wir haben es vorhin gehabt, wir müssen ein bisschen diese Normalität wieder reinbringen. Nicht immer dieses leistungsgetriebene Golf. Doch. Ja, auch. Immer weiter, höher, schneller. Ich bin für den anderen Teil zuständig. Ich zeige den Leuten ein bisschen die Natur. Guck mal, das ist der Busch, da gehen wir jetzt mal alle rein und gucken mal, ob wir einen weißen Ball finden. Ja, dann kannst du dich halt gerne an eine von diesen Live-Cooking-Stationen ransetzen. Da bin ich ja sowieso zu Hause. Das ist ja eh klar. Ja, also Kulinarik und Naturerlebnis, das erlebt man mit mir. Und das Schöne ist, und das ist eigentlich der Knaller, der Gewinner, die Gewinnerin. Also wir verlosen einen Platz in diesem überragenden Flight. Bekommt einen überragenden Caddy. Ein Caddy, der ein Mensch, der das dieses Jahr schon mal bei einem Pro-Am tatsächlich ausprobiert hat. Hier und da gab es Videos, da muss man die Tasche vielleicht ein bisschen höher irgendwie ansetzen, damit sie nicht komplett über den Boden streift. Aber das wird im Wittelsbacher Golf Club mit eurem Bag natürlich nicht passieren. Florian Fritsch, the one and only, wird Caddy sein. Und wahrscheinlich mit euch auch auf der Range vorher nochmal ein paar Kniffe besprechen, euch noch ein bisschen was zeigen können. Taktik, Strategie, Platzvorbereitung, Fahrtposition, Sintrichtung. Alles, was man braucht. Aber wenn sich jetzt wieder nur die Single-Handicapper angesprochen fühlen, so einfach machen wir das nicht. Also da darf wirklich jeder sich jetzt mal bewerben. Wenn ihr Bock habt, einmal in eurem Leben auf so einer Wiese vor einem Challenge-Tour-Turnier an einem Pro-Am teilzunehmen, dann solltet ihr euer Glück jetzt in die Hand nehmen. Ihr könnt mitmachen auf unserem Instagram-Account von Teatime, der Golf-Podcast. Dort findet ihr alle Informationen und dann wünschen wir euch ganz viel Glück. Wir werden natürlich alle vor Ort sein. Also Bernd ist auch da, ich spiele sowieso. Wieso trägt Bernd eigentlich nicht meine Tasche? Ha! Fällt mir gerade ein. Gute Frage. Es sollte jetzt eigentlich mal andersrum sein, oder? Du hast deine Tasche getragen, jetzt kann er auch mal deine Tasche tragen. Jetzt kann er mal richtig Golf sehen. Kann er mal sehen, wie es läuft oder wie es nicht laufen kann. Oder ich zeige ihm einfach mal andere Ecken vom Wittelsbacher Golf-Club, die er noch gar nicht kennt. Ja, so. Auch mal so kurze Sachen, weißt du, so Sachen, die einfach schon zwei Meter vor einem sind. Die registriert der Mann doch gar nicht. Glaubst du im Ernst, dass der irgendwas, was im Umkreis von zehn Metern von einer T-Box im Wittelsbacher Golf-Club, hat der noch nie gesehen? Zeige ich dir. Nee, hat er noch nie drin gedacht. So, sehr gut. Also mal gucken. Aber auf jeden Fall, einen Platz verlosen wir in diesem Flight. Da wird natürlich auch ein Pro dabei sein. Ich habe schon Leuten hören, dass das einer ist, mit dem wir uns sehr gut verstehen. Also wird das auch hervorragend und lustig. Und sowieso soll es lustig werden. Also geht auf unseren Instagram-Kanal. Wir verlosen einen Platz im T-Time Pro-M-Flight bei der German Challenge im Wittelsbacher Golf-Club. Alle Infos auf Instagram. Und Flo ist vor Ort. Und ich meine, ja klar, also ich meine, mit einem ehemaligen Tourspieler und mit dem Coach von Mannheim-Virnheim aus der ersten Bundesliga. Also was willst du eigentlich mehr? Also ganz ehrlich, also das ist doch eigentlich das volle Paket. Das ist alles drin, was du brauchst. Kannst du mal die alten Geschichten erzählen und auch die neuen Geschichten erzählen. Wir erzählen sowieso tausend Geschichten. Also von daher gesehen. Also wenn ihr Bock habt. Aber das wird kein Leistungssport-Ding. Ich will es nochmal sagen an der Stelle. Also wer jetzt dann davon ausgeht, dass wir da morgens Liegestütze machen und fünfmal um den Platz rennen und dann danach noch gucken. Äh, wir spielen mindestens zwölf unter. Das passiert in diesem Flight nicht. Niemals. Wir spielen 13 unter. So, dann müssen wir an der Stelle noch Bernd Rittenhuber viel Glück wünschen. Ne, Quatsch. Glück braucht er gar nicht. Der ist ja da einfach nur in Bad Griesbach jetzt beim letzten PGA of Germany Seminar. Da muss er noch keine Prüfung ablegen, ne? Ne, das ist einfach nur zuhören und machen, was die Chefs von einem wollen. Das ist quasi so die letzte Vorbereitung auf die große Prüfung im Oktober. Wenn er sich gut anstellt, wird er noch nicht rausgeschmissen. Das ist richtig. Gut. Also dann senden wir ganz liebe Grüße nach Bad Griesbach. Deswegen ist Bernd auch heute nicht in unserer Folge dabei, weil er gerade wieder irgendeine Schulung hat, wieder in irgendeiner Klasse sitzt und wahrscheinlich wieder nicht aufpasst. Und wahrscheinlich sitzt er sogar in der letzten Reihe. Und macht wieder nur Gedöns. Immer nur irgendein Zeug. Immer nur irgendein Zeug. Sucht neue Flachwitze. Ja. Nächste Woche sind wir wieder da mit Tea Time, der Golf Podcast. Für die ganze Dachregion, die ganze Welt, das Universum, den Mond und alle Olympioniken. In diesem Sinne, bleibt gesund bis nächste Woche. Trinkt viel, es ist heiß in Deutschland. Auf Wiedersehen. Ciao. Schreibt uns, liked uns. Tea-time.golf Tea Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PottEva. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf PottEva.de. die